Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Thorsten Gentsch. Ich verantworte das Ideen- und betriebliche Innovationsmanagement bei der DB. Mit meiner Mannschaft begleite ich die Entwicklung von Ideen der DB-Beschäftigten bis hin zur Umsetzung dieser Ideen. Stichwort New Work. New Work ist für mich die Antwort auf veränderte Rahmenbedingungen in unserer Arbeitsumwelt. Wir arbeiten immer vernetzter und vor allem kundenzentrierter. Und so kann ich auch heute mal aus dem Homeoffice zu euch sprechen. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch ein schönes Akronym gehört. Fauxpas. V steht für Vernetzt, O für Offen, P für Partizipativ, A für Agile. Eben Fauxpas. Hintergrund ist die Digitalisierung. Die macht es möglich. Und so kann ich auch in meinem Verantwortungsbereich neue Geschäftsprozesse gestalten, die sehr effizient und transparent wirken. Nach innen für die bei HDL 8 Beschäftigten heißt das, die können nicht nur ihre Arbeitszeit und Arbeitsort selber disponieren, in der Regel, sondern darüber hinaus auch die Arbeitsinhalte. Das ist richtig cool. Und macht den Mitarbeitenden Spaß. Zumindest sagen sie mir das. Das andere ist, dass wir an einer riesigen Ideen- und Innovationsplattform bauen, nämlich DB Crowdworks. Diese hier. Heute schon haben wir auf DB Crowdworks rund 30.000 Verbesserungsvorschläge, Best Practices und viele andere Einträge, die sehr inspirierend sind. Und ich lade euch da herzlich ein, mal vorbeizuschauen. DB Crowdworks ist wirklich sieben Tage, 24 Stunden, also rund um die Uhr, mit allen mobilen Endgeräten erreichbar unter www.db.de slash ideen. Und über Single Sign-On seid ihr dann direkt drin. Also, Besuch lohnt sich. Wir sehen uns auf Crowdworks. Tschüss. norOWA ... ... ... ... Vielen Dank.